Hallo Freunde, willkommen zurück zu Twilight Princess. Im letzten Part haben wir den Miniboss besiegt, wir den Zwischenboss haben die Morgenstern erhalten und das war ein spannender Kampf, Alter. Ich glaube, ich habe ihn noch nie in einem Kampf so schlecht eingestellt, ich meine, Endbossen. Ich musste sämtliche Tränke trinken, aber ich habe es noch geschafft und da bin ich sehr glücklich drüber. Jetzt wäre ich in der Lage, die fetten Eis werden dir mal ordentlich kaputt zu bashen. Ziemlich geil. Oh, wir müssen noch die Herzteile finden, wa? Oh, genau, wir können jetzt mit dem Morgenstern auch die Dinger hier kaputt machen. Die Ritterrüstung. Ich erinnere mich. Ja. Scheiß drauf, wenn es Eigentum von den Schneemenschen ist. Ich mache alles kaputt, ja. Bam. So. Na dann, Master Key. Oh, nur eine Ziegenkäse. Willst du mich verarschen? Schon wie etwas zu essen. War doch klar. Die war so unsicher, da musste es ja so kommen. Naja, egal. Vielleicht fährt ihr doch noch ein... Doch, noch was ein. Gehen wir zurück. Ja, eben, Midnight ist so optimistisch. Das ist ja echt schrecklich. Und alles nur für den Arsch hier, was wir hier gemacht haben, ey. Guck mal, hier ist auch Ziegenkäse drin. Ne, doch nicht. Sind Ritterhelme. Tut mir leid, Mann. Dafür müssen die jetzt sterben hier. Bam. 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 Ö, ö. Ein Hunderter, ne, oder? Sammle ich den ein? Ö. Ich wollte den gar nicht einsammeln. Egal, wir haben noch genug Robine. Zur Verfügung. Ich meine, wir haben ja auch schon so ein paar Trunen eingesammelt, deswegen ist alles okay. Quietsch. Ich frage mich ehrlich, was da die geeignete Strategie bei diesem Boss war. Der war echt sowas von dumm. Aber macht nichts. So. Hehe. Haha, jetzt können wir den kaputt machen. Ist das geil. Oh mein Gott. Alter, okay. Jetzt haben wir irgendwie Angst vor uns, wa? Lol. Ihr widerwärtigen Hunde, Alter. Ist das echt nicht zu fassen. Komm her und stell dich. Deine Meister. Na gut, dann nicht. So, hier kommt die Gui, ja. Ich war doch eben noch, egal. Kann ich die schieben, oder was ist da los? Ne. Ne, ich weiß nicht. So, wo im anderen Teil des Raumes ist. Ah, mein Gott. Aber da waren wir eh schon mal, ne? Muss ja echt gucken, wo wir jetzt genau hin müssen. Ich glaube, wir können uns irgendwo noch ein Herzteil holen. Gut, aber ich glaube, ich werde jetzt mal da lang gehen. Nochmal, weil da war ja oben noch was, wo wir noch lang konnten. Da war ja so ein fettes Eisenvieh vor. Äh, Eisvieh vor. Aber ich glaube, das können wir jetzt getrost, äh, kaputt, bashen. Jetzt wollen wir mal gucken. Äh, ich weiß nicht, ob das jetzt direkt oben ist, oder ob da noch ein bisschen Space ist. Autsch. Scheiße, bringt nichts. Okay. Daneben nicht. So, es wird eh nur da oben hinführen. Äh, egal. Quid. Geh mal zurück zur alten, wa? Das kann auch nochmal eben getrost hier kaputt machen. Bam. Und. Ah. So, Link, bitte raus aus dem Schnee. Schnee ist nicht zum Spielen da. Ah. So, Alter. Es ist echt nicht mehr witzig, was du hier für eine Scheiß veranstaltest, ja? Oh, Link. Hast du ihn? Was? Ein Käse? Ob er mal meinen Mann weggeräumt hat? Hm. Wo habe ich ihn nur hingetan? Wie sie sich bewegt. Verzeihe, ich will mir einfach nicht einfallen. Bred doch erstmal den Käse zu meinem Mann. Vielleicht fällt es mir in der Zwischenzeit ja ein. Okay. Natürlich, Alter. Oh Mann, ey. Oh Mann. War mir das irgendwas blaues hinter? Was ist denn das? Das wird auch auf der Karte angezeigt? Endlich draußen. Ach, Dennis Jürgen von neulich. Schön, dich zu sehen. Reißen wir noch ein Stück gemeinsam. Ja, immer der gleiche Text. Gut. Die habe ich völlig vergessen. War wahrscheinlich auch schon im letzten Mal in der Lage, die zu holen, aber wir können ja nicht das Schwert zücken. Ist auch mal gemein, wa? Aber gut. Aber man spricht einfach mit ihm. Willst du mich verarschen, Link? Kommunizieren, Link. Hm? Da fehlt doch noch was gewisses Etwas. Hm. Hm. Riecht gut. Was hast du denn da? Oh, genau. Da haben wir für die Summe noch gefehlt. Käse. Hier willst du noch eine Weile kochen. Dann ist sie fertig. Hier, probier mal. Okay. Alle Flaschen leer. Ich glaube auch. Zack. Zack. Äh. Zack. Schön alle Flaschen. Geh mal schön chronologisch durch. Was? Luxussuppe. Wie viel Herzen? Acht. Okay. Also quasi wie ein roter Trank. Föhnen wir jetzt erstmal alles auf. Um euch ja nicht drauf zu gehen. Ach man ey. So. Und bevor mir jetzt irgendwie nicht Müll passiert. Obwohl, ja, eine kann ich ja ruhig mal trinken. Weil mir eben ein paar Herzen fehlen. Und jetzt mal schnell aufföhnen. So. Jetzt will meine Standardauswurse mal kurz wieder herstellen. Wobei jetzt ersetzt wird. Warte. Zack. Zack. Und ich glaube ich mach mal Bomben. Weil die brauchen wir auch öfter. Und natürlich den Dings hier irgendwo auch, ne? So. Bitte alte, erinnere dich jetzt wieder. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Hm. Oh, Link. Jetzt fällt es mir ein. Um es nicht zu vergessen, habe ich in das Zimmer gleich neben dem Schlafzimmer ge... Oh. Wie konnte ich das nur vergessen? Das ist mir so peinlich. Es ist hier, wo das Zeichen ist. Na gut. Ich glaube, hier ist der wirklich. Allerdings, äh, ja. Erkennt man schon, das wird eine lange Journey werden. Muss man so zu sagen. Im Anfangsraum habe ich was vergessen. Ach so, genau. Da können wir jetzt hin. Genau. Das muss es sein. Ganz sicher. Okay, da gehen wir noch nicht hin, weil ich will mal kurz in den Anfangsraum zurück, weil... Da ist noch eine Geisterseele und noch zwei Drohen. Die werde ich mir natürlich nicht entgehen lassen. Das ist schon bedrohliche Musik. Okay, mal. So, würde ich abgehen. Bam. Oh, noch ein Monat da. Ich glaube auch. Ne, den nehme ich jetzt nicht mit. Boom. Und boom. Gar nichts. Auch nett. Äh, wie jetzt ist das so? Da kann ich rein. Ich finde es sehr interessant, wie Link echt mit diesem fetten Ding rumläuft, ja? Hier schützt, äh, äh, und jetzt einfach mit A. Weg. Was ist das? Okay, bam. Bam. So, bloß kein 100er willig. Die sind böse. Und boom. So, wieder 20. Äh, 10. Noch besser. Wann habe ich noch mehr Platz für Rubine? So, und jetzt muss ich auch erstmal drauf kommen. Wir müssen jetzt nämlich nochmal das hier zerstören. Und zwar komplett. Jetzt ist eine Geisterseele. Da soll mal einer drauf kommen, war. Zack, äh, zack. Zack. Und. Gas. Bada, bada. So, das war eh nichts mehr hinter dem letzten Ding hier, aber ich will jetzt einfach mal das Prinzip kaputt machen. Bum. Ritterrüstung. Einfach so. Na gut. Ich war noch nach oben, ne? Ach du Scheiße. Na gut. Wenn es sein muss, dann muss es wohl sein. Ähm. D-d-d-d. W-d-d. Bitte hier rein, Link. Auch wenn die Zeitverzögerung dich nicht mag, musst du da jetzt leider reingehen. Was ist das hier wieder für ein... Abfuckraum? Äh. Moment. Was? Wo bin ich denn jetzt? Ah, ach so. Okay. Ah, und ich muss mir so eine Kugel herholen. Ach so. Okay. Rätsel gelöst. Hab ich schon gewundert, warum da so ein... So ein... So ein... Für Kugeln ist was. Wisst ihr? Rätsel gelöst. So. Wunderbar. Da ist auch noch eine Truhe. Könnte das vielleicht sogar mein Herzteil sein, weil uns fehlen nur noch die ganzen Herzteile, ne? Ist nicht schön. So, was? Wollte mich verarschen. Die mache ich jetzt mit Leichtigkeit platt, Alter. Pass mal auf. Der Funkelt schon so verdächtig, ey. Wow. Wow. Und zack. Oh. Ha. Jetzt. Oh. Alle auf einmal. Nice. Können wir da rein? Da kann man nicht rein, aber da ist ein Rubin drin. Auch nett. Noch einer. Komm, ich mache jetzt leicht platt hier. Äh, ja. Wunderbar habe ich das gemacht. Da ist das Loch. Okay. Oh, das liegt jetzt voll langsam. Und zack. Achso. Die kleinen auch. Babbam. Voll geil. Okay. Das ist wieder ein Rubin drin. Wow. Ey, der Schwede. Okay. Wo möchte ich denn jetzt lang am Ersten? Ich glaube sogar hier war ein Herzteil. Fail. Äh, fail. War das nicht so? Ich kann mal schon rüberziehen. Ich glaube, hier stürzt dir der Boden noch ein. So eine Scheiße, was? Ah, hier ist eine Kanone. Bringt die mir irgendwas? Äh? Äh? Der Kanone bringt mir doch gar nichts. Ich kann die nur noch da drehen. Da bringt die mir nicht viel. Oder muss ich vielleicht... Warte mal. Kann er nicht schaden. Wartet mal. Ich mache mal eben ganz schnell so. Passt mal auf. So, da bin ich jetzt noch mit der Kugel. Ich kann hier hochrennen. Ich freue mich schon. Oh, was ist das denn? Sieht voll wie so ein Grafik-Bug aus. Aber es ist es nicht. Autsch. Wo ist jetzt die Kugel? Ach da. Ja. So. Was ist hier los? Was ist hier los? Was ist hier los? Was geschieht hier? Ich versuche einfach mal da eine durchzuballern. In der Hoffnung, dass es irgendwas bringt. Dass sie vielleicht rübergeschossen wird. Und wir brauchen die später nochmal. Oder sowas. War jetzt so meine Vermutung. Ich weiß es natürlich nicht. Da weiß ich nicht mehr. Sieht aber schon mal sehr Katzin-mäßig aus. Okay? Äh. Okay. Gar nichts. Was zur Hölle soll das? Warum? Ach egal. Geben wir einfach hier rein. Das Spiel, ey. Ist schon, ist schon cool, ne? Ist schon ganz cool. Oh. Oh. Wer war denn ein Speer? Wer hat denn ein Speer? Ah, Fehler. Zack. Zack. Nehmt immer noch. Zack. Ich gehe rüber. Nein. Ey, hier waren wir schon mal, ne? Ne, waren wir nicht. Ich lüge schon wieder. Es ist nicht so was. Okay. Enterhaken. Point. Ah, jetzt kann man die. Der Müll hier, ne? Genau. Da muss man irgendwie ganz komisch. Warte mal. Hier muss man. Genau. Das Ding jetzt abschießen hier. Boom. Schönen Schwung aufzukriegen. Oh mein Gott. Das war knapp. Ah. Und hier ist es hier drin. Ein Tee. Die Folge ist eh schon vorbei. Cool, man. Jetzt bin ich wieder am Anfang des Raums. Ach, hier habe ich auch noch rüberzinke. Ich affe. Egal. So, und jetzt kommen wir hier rein. Ist doch schön. schnell wie gesagt die folge ist schon vorbei ist schon voll gelaufen hier bloß jetzt nicht runterfallen dürfen nämlich noch mal ganz hochlaufen wohl wir können denn hier den daten pointe stimmt freunde ich sagen das war selbst heute den typen da macht man ganz schnell platt weil mir tierisch auf die eier geht dann eben nicht bis zum nächsten mal